Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einer neuen Folge Empyreion Galaxy Survival Minions. Guten Tag Herr Fleischhammer, hallo Resigoldmann. Der Himmel sieht geil, das trete ich mal um. Ja ich meine, geh mal an sich einmal rum. Ja stimmt, das sieht zusammen gut aus. Hände ist blau, guck mal hinten leuchtet es blau im Holzrand. Was ist denn das? Einfach nur blau. Ja wir sind hier ein bisschen rumgeflogen, wir wollten eigentlich ein bisschen was finden und jetzt haben wir hier gerade ein Crash DSE Back gefunden, also ein Heck von einem Capital Vessel und hier ist ein Kern drin und ich hätte das Schrengstoff anzugreifen. Ja genau, das wollte ich auch. Da fehlte die Tür und wahrscheinlich sehen wir jetzt, dass da sowieso ein Leck irgendwo war. Oh, was ist das? Ach du warst dran nicht da. Warte. Äh, müssen wir mal... Freibuddeln. Freibuddeln, hier ist so ein Dings, aber... Ne, ich schütze es da. Äh, entfernen von Steinen, äh, auffüllen, einhebenen, Rohstoffabbau. Oh, Freibuddeln. Nein. Warte du. Geht das schneller oder irre ich mich? Ich hab auch ein Gefühl, dass das schneller geht. Aber wesentlich, oder? Oder liegt es daran, dass es, dass es Schnee ist und kein Stein oder sowas? Das kann auch sein. Da schmilzt, schmilzt ja wie Butter vom Toast. Hm. Vom warmen Toast, behaust du? Vom warmen Toast, ja natürlich. Vom heißen Toast. Vom heißen Toast. Heisen... Ich mag ja... Weißt du, was ist denn bei den Lüpfeln? Hm? Frischer Toast, Butter und Käse. Ja. Und dann gleich, wenn's noch richtig... Wenn's noch richtig... Dann gleich rüber ist, richtig schnell gehen. Ja. Könnte mir drin liegen. Bei Käse mach ich seltener Butter drauf, muss ich sagen. Also wenn's jetzt so ein Gouda oder so ist, brauch ich eigentlich keine Butter. Echt? Nee. Also ich mach halt was Butter. Okay. Maniküre, Pdiküre. Also was ich geil finde, ich hab beim Action, Hashtag Werbung wegen Markennennung, hab ich einen XL Sandwich Maker gekauft. Da kannst du die großen XL Scheiben reinlegen und sandwichen. Ah, ja. Das ist gut. So, ich hab so ein Gefühl. Hast du schon irgendwas gefunden, was brauchbar ist? Nee. Rohre. Rohre. Die gehen ja nicht schon runter irgendwie. Es kam als Hinweis, wir sind noch einen eigenen Kernanbau und sollen bei dem anderen Capital Vessel, um dann per P oder sowas anzeigen zu können, wo der wichtige Schüssel liegt. Verstehst du? Also, das kannst du erzählen, wenn du Profis kämpfst, aber... Nee, die Zuschauer sind ja Profis. Wir machen alles kaputt. Risch. 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 Jo. Jo. It's gone deep. Na, jetzt kommt Gestein, das dauert lang. Also, der Schnee und die Erde schmelzen eigentlich relativ zügig dahin. Ich hab übrigens noch 170, äh... Ich glaub noch 47, also wir können noch ein bisschen bohren. Aber ich sehe noch keine, kein System drin, wo wir hier rein bohren sollten. Einfach erstmal auf dem Grund, ich hab jetzt schon mal einen Kondensator. Ah, doch, ja. I see. Wir müssen ja eigentlich... Okay, lass uns mal teilen. Ich, äh, links, rechts, dann. Ja. Und dann... Sehen wir weiter. Wir schwebt Erde jetzt. Ich fände das cool. Kannst du dich erinnern, bei Seven Days to Die früher noch, wie man sprengen konnte? Weißt du noch, was Seven Days to Die über Sachen Sprengen noch geil war? Wo du wirklich so eine Sprengladung ansetzt und dann so fünf Millionen Blöcke wegspotzen? Weißt du, da hab ich das Spiel gemacht, nur um ein unfassbar tiefes Loch zu basteln. Ja. Das war, also für mich halt auch irgendwo Erfüllung. Sprengen. Letztens hat jemand auch unter der zweiten Folge von Rust damals, also dem Ur-Rust, hat er irgendwie geschrieben, weißt du noch, wie geil damals Rust war? Also, das Gefühl war halt anders. Und das liegt nicht daran, dass das jetzt lang her ist. Weißt du, was ich meine? Also, es liegt schon daran, wie sich Rust auch entwickelt hat. Das ist ein anderes, ja, ja. Das ist ein anderes Rust. So ein Casual Rust. Wobei ich ja letztens... Na... Ich hab letztens, hab ich so überlebt, ob ich noch mal wieder ein bisschen Rust mache, weil es hat so viel Scheiß dazu gekommen und so viel... Wir haben noch gespielt im Stream. Ja, so ein bisschen mehr halt auch. Nicht nur so im Stream, sondern halt so viel auch mal eine Base abbauen und so. Ey, du bist sauber. Ne, ist nix, oder? Kann das sein? Ne, ist nix, ne. Sieht sehr hübsch aus, aber... Oder ist hier noch... So, Dings... Jetzt hier Zeit für Basel wieder. Verbusel, verbuselt. Zieh weiter. Ja, wie cool aus. Was ist das da in der Mitte? Dieser, dieser Steg. Da ist ein Behälkommen. Ne, diese, diese... Ne, diese Antenne, oder was ist das hier? Wie so ein Drill sieht das aus, oder? Ach, das ist, ähm... Zäpfchen. Ja, das ist ne Diko... Diko-Antenne. Ah, das ist übrigens der Kern hier über uns. Im Ernst jetzt? Jo. Wo? Naja. Ach... Oh, das war das Falsche. Ich komm nicht ran. Oben über den Drill. Naja. So. Abbauen. Na gut, dann wissen wir wenigstens, was wir jetzt abbauen. Ja, aber du hast gesagt, auf, auf... Zerlegen. Ja, alles klar. Ja. Weiß nicht. Krieg ich ja nicht. Ja, aber das geht gut. Boah, tut es einfach viel zu... Das ist auch wie Butter durch. Töpfe. Stahlplatten, ja. Du kennst überhaupt Stahlplatten. Stahlplatten haben wir ja eigentlich... Ja, geil. Geertes Stahlplatten. Schubdüse regular. Kannst du ja was für einen, Marc? Nee. Ist ja hier oben. Was ist denn? Motoren. Ich mach mal ein bisschen Platz in meinem Inventar. Und verschrotte so scheiße. Betonblöte. Stahlblöcke. Das ist weg. Alles weg. Verschrotten ist nicht gut. Doch. Siehst du Kommentare an. Das siehst du nur Kommentare an. Das ist nicht gut. Das ist genau das ich sehe. Kommentare... Wer kommentiert, lebt. Naja, im Endeffekt brauchen wir den ganzen Schüssel, um unser eigenes Capital Bessel zu bauen. Darum geht's, ja genau. Darum geht's. Hast du Schubdüsen gefunden? Wo war deine? In dieser Seite? Ja, hier am Hack habe ich welche. Ah. Ein paar mehr, glaube ich, so. Was ist das? Ah, da sieht das nur so aus. Wo im Boden warst du drin, oder was? Ja, hier haben wir ein paar Waren drüber. Über der Oberfläche. Jetzt bin ich gerade dabei nochmal, die auszuheben. Meine Hase... Meine Hase... Juck... Nuck... Nuck... Dein Spinsinn klingelt. Meine... Meine Hase nuckt. Deine Hase nuckt. Mhm. Meine Frau sagt immer, wenn sie sowas hat, ist viel schwieriger, das falsch zu sagen, als richtig. Das fällt dir doch total leicht, hast du mir gesagt. Meine Hase nuckt. Deine Hase nuckt. Na, sie? Wollen sie in der Welt weise gerinnen? Können sie mal hier eine Bier getitten? Ja, genau. Wer kennt das noch? Schreibt's in die Kommentare. Schreibt's in die Kommentare. Oder jetzt in der Chat bei Twitch. Sind wir auf Twitch? Ja. Aber wir dürfen da keine Werbung für machen. Wir dürfen nicht sagen, ey, komm mal hier zu Twitch rüber. Das darfst du nicht sagen. Nee. Twitch ist auch viel cooler. Wenn du schon mal auf Twitch dabei wart. Nee, darfst du auch nicht sagen. Das find YouTube, glaube ich, nicht gut. Ich sag dir... Ja, du darfst... Du darfst... Ist okay, gell? Können wir raus, oder? Ja. Ausgelotscht. Was? Chat traut sich gar nicht auszuschreiben. Chat mit? Sie schreiben sowas wie McDonald ruft. Umsen. Oh, guck mal. Da ist ein Jedi. Oh, wo ist ein Jedi? Richtung ist Resten. Ah, ja. Eisgolem. Oh. Hi. Eisgolem. Warte, 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 warte. Der ist tot. Nee, der war krank. Der ist gestorben. Mann. Wieso kann der jetzt nicht schnell laufen? Der läuft doch mal schnell. Ich will mal hier gucken. Bevor Migas da seine Rüssel reinsteckt. In die Leiche. Zack. Ah, der warst zuerst dran. Neodymium hat er. Hat er sieht cool aus. Oh, die sind gefüttert. Hast du noch... Hast du Platz? Ja. Drop it. Nee. Gucken rin. Gucken rin. Habe ich... Mal das vergammelte Essen kann ich aber rauswerfen. Ja. Das lasse ich im Kohlem drin, besser gesagt. Und... Delizium. Pentaxid. Ja. Ah nisch. Und nun? Ab ins... Gehen wir noch weiter und suchen? Ab ins... Ab ins... Raumpfiff. Let's go. Ja. Das hat ja nicht so gelohnt. Finde ich sehr, sehr schade. Boah, doch, doch. Für mich hat's... Also schon. Ich hab... Ja gut, mental. Hier. Gehärtete Stahlplatten ist der Stichwort. Aber da haben wir doch ohne Ende oder nicht? Nee. 63 habe ich nur. Das reicht. Ja, ja. Du bist einstiegender. Ja, ja. Okay, die Richtung war nicht richtig. Jetzt. Guck nochmal auf die Karte. Hier auf der Karte seh ich was. Ja, ich seh's auch. Trading Station. Und... Admin. ADM Trading Station. Wammel? 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 Ich bin da chillig irgendwie, ne? Ja, ist alles so. Alles easy. Ich werfe klingelt wie ein kaputter Toaster. Was hast du für einen Toaster? Wodruf? Oh, sorry. Das ist nicht Twitch. Nein, wir nehmen nicht im Livestream auf. Wir nehmen nicht auf im Livestream. Das ist eine Lüge. Können wir niemals machen. Wir fliegen erstmal kurz hin. Jo. Es ist doch leid. Wir können doch nicht den ganzen Planeten immer... ... 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